Na dann ist der Tom jetzt fertig mit seinem Auto bei Insane Bros. This year, bei einer neuen Folge. Ja. Was hast du denn gemacht? Man sieht eigentlich nicht wirklich viel. Obwohl da... Ne, ich habe es außen so gelassen, nur die Leistung... Wollte gerade sagen, außerhalb sah es schon echt gut aus. Ja. Das erinnert mich vorher am Dutch Viper. Boah, das stimmt. Gut, dann guck ich mal was ich machen kann mit meinem coolen Rucksack. Hehehehe. Oh, wie ich war... Oh. Aber erst mal Radiosende. Alter, 300 Dollar? Ich glaube da geht was. Gut. Ich bin offiziell Pleite. 34 Dollar. Hahaha. Ich habe auch nur Leistung gemacht. Wuh. Bagt man gleich. Wuh. Oh yeah. Wuh. Yeah. Okay. Tschüss. So, was machen wir? Pierce, Temmie... Andy, Zen oder Jimmy? Ähm... Mir egal. Such's der aus. Stattübernahme... schneller, intensiver... Na gut, klingt zwar... Ich glaube, das ist sogar mit dem Film. Na, werden wir sehen. Ach ja! Ja, das ist der Film. Gehen wir mit ihm zum Studio. Der ist dort richtig lang. Ja, mein Name ist Andy, Zen. Ich bin sicher, ihr habt mich gehört. Das Studio schreibt mich an, um direkt Gangsters in Space. Und ich will, dass du die Star bist! Ich meine, sicher, du bist schon eine Star, aber denkst du, dass dich sich auf dem Film immortalisieren... Boah, ey, du bist doch krank oder so? Du hast doch mal reingefahren. Scheiß Moffat, ne? Wenn die Tür dann nicht fahren kann. Du bestimmt. Hä? Wo kannst du sagen? Hä? Ach so, du hast schon gescheitert. Bevor's angefangen hat. Gescheitert. Und ich war angefangen. Ich werde ihnTO sagen umziehen umziehen. Ich werde dich in den Hufle-Zone umziehen. Ich werde ihnTO sagen umziehen. Oh, das ist toll, ich bin einfach... Ich bin einfach nur ein Schandi oder Pierce. Ich habe ein helles Zeit mit meinem Kopf über das Schrift. Ist das Schrift ein Problem? Wenn du die Worte sagst, will ich es. Oh, das ist cool. Ich bin einfach... Ich bin einfach... Ich brauche die Tür-Karte, wie ein Motherfucker. Brilliant! Das ist so fucking Sinema Verite. Du wirst es. Es ist schön, Herr Jen. Wer ist dieser Extra? Und warum ist sie mit mir? Herr Jen, ich bin Quilana. Ich bin Quilana. Wirklich? Ich dachte, wir haben einen Namen für Quilana. Nein, nur ich. Das ist einfach so großartig. Schau, Missy McNobody hier wird dich nicht unterbrechen, ich versuche. Ich werde sie nicht. Okay? Du bist einfach... Du bist selbst. Du wirst es. Alles klar. Alles klar. Attacker. Das kann nur... Ober... Mörderische... Verrückte... Mistkacke sind. Begib dich zum Fahrzeug. In dieser Szene, du rescuierst die... Ich fahre! Ich fahre! Ich fahre! Äh... Ach, welcher Auto. Wer? Genau. Alles klar. Ihr Name ist nicht wertvoll, dass ich in meinem Morgen Double-Decaf-Soy-Latte. Okay? Was ist ein B-Arsch? Ich fahre einfach so schnell und los. Es könnte natürlich sein. Vertraue mir. Wenn du so sagst. Oh, das ist voll langsam. Was ich erfahre. Plätze, alle! Es wird mir eine Gold-Statue. Und... Action! Schau! Um, der Hubschrrauber steht... Er ist nicht gut. Er ist immer haupt auf. Es sollte es nichtworks werden. Es wird ja auch gut blindiert. Bis sind wir unten Até der Monik und Being Lateาb. Dann streaken Sie gleich mit mir. Ja, Mint-Baby! Okay! Sie hat sich regresen die He upp der wirkliche Schul shadows und den Bloc! Ich komme Prinzess! Hab mit rein! Nein. Sorry. Kameramann ausgeschaltet. Na. Ach, bist du auch mal da? Hey. Klar. Kameramann. Du bist ein blauer Haier, ich bin ein grauer Haier. Du bist ein blauer Haier, ich bin ein grauer Haier. Das ist kein Leben. Wir müssen eine Star-Maker-Performance machen. Und eine Karte für eine Co-Star. Okay, wir müssen alles aufbauen. Geh es zurück, um die Basis zu entkommen. Wir haben diesen Mann abgeschaltet. Mehr Gäste, mehr Assault-Rifle. Mach es passieren, Mann. Ja. Nur, du weißt. Ich versuche, Mr. Chen zufrieden. Komm mal, lass uns das machen. Er hat nicht aufhört, auf meine Haier zu filmen. Was ist das denn? Land in the target. It's a perfect spot. Take two. And... Amaze me. Na ja, wo fliegst du denn? In den Sosser. Boah, wie cooler. RB? Wo ist ein RB? Achter. Au, achso. Schau mal an das! Ja, komm ich jetzt rüber. Wo ist der verdammt Stump, Mann, wenn du ihn brauchst? Weißt du? Oh! Schau mal! Oh, was ist der? Ja! Frauh! Schau mal. Du hast, du hast, du hast, du hast, du hast. Wo ist der? Das ist eine Verstärung. Und dann geht's, du hast... Du hast zu vertreten. Sehr gut. Das ist gut. Hinter dir. Mich nicht hältst du. Ich habe schon längst gesehen, bevor es gesagt hat. Die Tür hat. Ich werde sie dir wegnehmen, Prinzessin. Vielen Dank, dass du mich beschädigst. Ich werde sicher, dass du dich beschädigst. Los geht's! Das ist schon bei mir. Das ist Expeditor. Ich bin jetzt nicht. Alter. Was nicht so? Fuggy, Fuggy! Ich habe ja schon davon darauf geniue. Das ist ein Helikopter. Ich meine, ich und ich bin in dir, Prinzessin. Bitte, mein Name in deinem sprachzen ist Quillana. Quillana, das mag ich nur. Echt verrückt! Wir können em mal. Ich kann nicht schießen. Oh, fähig. Ah klar, lässt einmal nur drauf fliegen, ist auch so geil. Oh mein Gott, bist du okay? Rocky Landing, aber ich bin noch hier. Und... Kut! Beautiful! Way to roll mit den Punches und Improvise, Mann! Ich liebte es! Ja, ich bin ein natural. Danke so viel, Mr. John. Ich bin glücklich, dass du... Ja, ich war mit unserer Star, nicht du. Du hast die emotionalen Rage von einem Bagel. Und eine solche Hügel-Gran-Bagel-Bagel-Nobody-Likes. All right, lass uns auf die nächste Schreie. Ignor die Prick, Jenny. Thanks. Okay, wir rollen und... Make some Magie! Oh... Oh... Magie? War die gerade ernsthaft Magie gelösen? Menge Magie! Oh! Up ahead! Let's take that car! There are guards all around. You're doing this for America! You're doing this for America! That was still our material, my friend! Why do I do not run? That's so unfair. Hey! What are you doing? What are you doing? Yes, I have to... ... 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 Der Militär wird nicht geben! Wir können sie nicht verlieren, in diesem Primitär Auto! Entschuldigung, ich habe die Liste. Entschuldigung! Danke! Quintalana, bleib in Charakter! Gott, ist das dein erstes Gericht? Ich meine, danke! Wer bist du, oder wie alle? Ah, okay. Ich würde viel besser fahren, ja. Ja, okay. Guck! Guck! Der ist einfach nicht verletzend! Er ist nicht verletzend! Oh, shit. Ich glaube, das ist ein Panzer, oder? Ja, gut. Dann hätten wir, glaube ich, gerade einen Panzer. Nicht gut. Nein, überhaupt nicht gut. Das ist die Straße. Sie sind die Straße. Sie blockiert den Weg! Beide! Beide! Meine Leute! Die Leute! Nein! Hast du überhaupt getroffen? Habt ihr alleine eine Runde geholt? Ja. Ja, ganz bestimmt. Ja, ganz bestimmt. Nein, ich habe das noch gut jetzt hier. Was sind die Explosionen? Jesus! Was sind die Explosionen? Warte mal, ich weiß nicht. Ja, glaube ich auch. Das heißt, die Studio-Drehen gehen übelst lange. Das stimmt, die Mission. Wir gucken, ob es jetzt nicht verkackt wird. Ich glaube, es sieht so aus, wir können schießen. Ja. 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 3-Mobile ich getroffen habe. Ne, bei mir stand Explosionskill, also ich bin geschnitten. Ne. Wir hatten da einen 50mm-Geschuss. Ich? Was ist das denn? Ich muss nochmal einen Akashi schießen. Oh. Galaschnikop. Oh, du holtest Level 4. Ja, weil der war eigentlich komplett aufgelapelt. Ja. All right, cut! No worries, wir fix it in post. Okay, next up you're gonna jump the car over the river to get to safety. It's all set up and idiot proof. So that should include you, Jamie. I, uh, I think you mean Jenny. Less talking, more driving! Don't let the little prick get to you. It's okay. I'm just going with the flow. Okay. Okay. That doesn't look possible. This ain't good. Oh my god. Ohhhh. Verkackt. What the hell was that, Jemima? A child could have made that jump. A crippled child. Oh, that wasn't good. That wasn't good. That wasn't good. That wasn't good. Listen, I'm really sorry. Please, please, don't let this ruin our relationship. This is 100% the casting director's fault, I swear. Are you crazy? He's the director. Director or not, don't let him walk all over you. Trust me. All right, let's reset and do that again. Uh, got the sprung right, please. Okay, faster, with more intensity and less speed. And, play ball! Here we go. Turn up here, Jenny. I got a better idea. But, that's off script. It's creative license. Joe, what the hell are you doing? Keep those cameras rolling. We're trying something new. Uh, oh, oh, yeah. I see what you're doing. Brilliant, let's go with this. Are you sure this is a good idea? You gotta learn to stand up for yourself. I'm not sure I can do that. Even with how he's treating me. That's why I'm here. I'm not watching you do that. No. Ja, zwei neue, zwei neue, ja. Fährt die alte Oma? Okay, das ist gut. Was war mit dem Granat zu schmeißen? Warum? Halt! Mein erster Explosionskill. Ich wusste gar nicht. Klapp! Das ist ein Wettbewerb für heute. Er war ja wertlos. Das ist ein Typ. Na aber jetzt will ich mein Geld haben. Komm. Mani, mani. Ich glaub auch noch 6000 oder so. Schneller, intensiver, ja. 8000 sogar. Und Level 9, hey. Das hat aber gut Respekt gebracht. Banden anpassen. Du kannst nun Weltraumaliens in deine Bande aufnehmen. Stufenaufstieg. Soll ich was sagen? Folge ist auf jeden Fall vorbei. Folge ist auf jeden Fall vorbei. Na dann bis zur nächsten Folge. Dann werden wir dann Fähigkeiten verbessern und dann... Uh, Mädels. Ich glaube, ich habe noch nichts vor, oder? Hallo. Bis weiter. Gut, dann bis... Angeleckt. Angeleckt ist es meins. Gut, bis dann. Dann bis dann, genau. Tschüss. Ja, das war's mit dieser Folge von SaintsRoses. Hört, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde mich freuen, in der nächsten Folge euch wieder begrüßen zu dürfen. Also, bis dahin. Das war's mit dieser Folge. Und das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal.